Auf Friede, Mann. Entschuldigung. Ist es schön? Ist Hermann gefressen worden? Was meinst du? Dann haben wir doch immer noch Fritz. Fritz auf Oxytocin. Hallo, Fritz. Hier kommt die Gärte. Komm, lass es uns tun. Quack, 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 quack. Niemand. Niemand. Fritz, die Gärte ist so schweizig. Unsere Produktionsrate sinkt vermutlich um 50%. wahrscheinlich sogar auf 30 Prozent Fritz ist noch fauler als Hermann und Friedemann ist der Faulste der hat es dieses Jahr sogar nur einmal gemacht das hat er zumindest behauptet es war nur einmal ein Ausrutscher während unserer ganzen Beziehung bei mir passieren da keine Ausrutscher mehr bin ich dir zu alt so hässlich habe ich zu viel Dellen was gab es denn da zu lauschen gar nichts gab es da zu lauschen ein mega beschissenes Gedicht gehabt sorry du bist einfach nicht Shakespeare gelb ist doch deine Lieblingsfarbe was ist denn mit dem los der hat ja du musst echt nicht so fies sein es gehört viel Mut dazu seine Gefühle so auszudrücken was hey Moment ich bin normalerweise super sensibel Helena wirklich sorry entschuldige was soll ich denn machen du machst mich völlig fertig wenn du immer von mir wegläufst Helena bitte also ich finde sie schön soll ich soll ich dir vielleicht ein Lied singen würde würde dir das gefallen wenn das das du liebst was hast du für mich geschrieben ich geh zu meinem Auto wir können was zu essen suchen wir könnten was zu essen suchen hast du Hunger ja total ja na klar dann Kai wo ist denn dein Auto fuck wir können im Wald was zu essen suchen normalerweise bist du derjenige der sein Auto verliert Oxytocin ist ein Hormon das die Lust weckt sich hemmungslos zu binden Liebesstaub wenn du was von dem Liebesstaub abbekommst verliebst du dich in die Person die gerade vor dir steht Kai Finn blöd wenn es nicht die richtige ist ich hab bis heute noch nie geliebt das hab ich ja jetzt wohl voll verkackt jetzt liebt der Exfreund meiner Schwester nicht mich sondern ihren neuen Freund und ihr neuer Freund liebt nicht mehr sie sondern mich und Friedemann liebt nicht mehr Gerda sondern und diese bezaubernden Ohrenhaare du liebst mich und Finn liebt mich auch und wen liebst du du liebst es nur beliebt zu werden das ist alles nicht echt ich glaub dir eh niemand dass das du stehst weil es dich gibt kann natürlich niemand auf mich stehen wir sind die Zwillinge weißt du wie es mich ankotzt dass ich nur mit dir was besonderes bin du hättest jemanden verdient der dich wirklich liebt das ist nicht echt ich liebe dich ich liebe dich ich liebe dich das ist dann schon echt ich liebe dich ich liebe dich die Leute sind die Leute die sind die沒有 die sie sind die Untertitelung des ZDF, 2020